Ja, und herzlich willkommen zurück zu Cyberpunk 2077. Ja, ja, Jonny, du hast recht. Ich sehe das auch so. Ich bin bei der Getschir, mit Penel-Pon. Es ist nicht weit von hier. 6th Street ist nicht möglich, dass nichts zu holen? Ich habe sie für sie schon vorgezogen. Ich habe sie nie gemacht, dass sie nichts zu tun haben. Ich hoffe, dass sie wissen, was gut für Business ist. Das sollte Spaß machen. Kommt das alles gut raus wie sein soll? Sunset. No vacancy. Ich denke, ich habe eine Schöne, die kleine Maus. Das wird nicht gut laufen, ich sage es nicht. Hey, Boz. Pan Am. Wie ist Nash? Nichts zu sagen, dass er seine Telefon ist. Keine Ahnung, es gibt keine Namen. Du hast die Balls, Frau. Was ist das? Ein Bonus von einem Art? Ich habe hier, um dich in line zu halten. Oh, du hast ein bisschen mehr Sass als Nash, hast du? Wait und sehen. Geil mit 6th Street. Er riecht doch ganz gut. Ich wollte gerade sagen, ich dachte 6th Street wäre ein bisschen anders drauf, aber das lief ja ganz klar. Was kann ich dir? Brosef, zwei von ihnen. So that package for Street, what was it? You didn't peek? Valoperidol. Drugs for the cyberpsychos in our midst. They trading them? Yes, they have deals. With black clinics, rippers. Well, here's to that thorn of yours. Thanks for everything, partner. Klar. Undo mir auch helft. Whoa. Another one over here. Ein Verfehlungs. Thanks, Noah. Cheers. Let me know if you need anything else. Let me know if you need anything else. Oh, wahrscheinlich hat sie recht. The Alde Keldos. Think you'll ever go back? I mean, not right now, but... Someday. I don't rightly know. On the one hand, I don't have anyone outside the clan. Shit, I don't really know any other life. But on the other? Without my clan, who am I? What would I become if I stayed in Night City? Das kannst du herausfinden, wenn du's machst. Nur dann. Could you start over again? That's what I did. Mm-hmm. For now, I only seem to be really good at burning bridges. Talking about Rogue. No. But thanks for reminding me. No, is that not Rogue? Könnte man versuchen, allerdings, glaube ich, nicht, dass man da weit kommt. All right. Time we look to my needs. What's the plan for Hellman? I've come up with a plan. A first draft. But I need to sleep on it. Work it out. Then we can talk about the details. I think it best to rent rooms here. Just to stay in the area. We'll get to work around midnight. It'll help keep us out of sight. Agreed? Yo, 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 my chumors, chrumors, and fumors. Mr. Lady, drop that milturf kibble and rush to the nearest door for a taste of sweet, 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 clean speed. Cause life is too short to be slow. Vielleicht nur ein Zimmer? Maybe only one room? Mm-hmm. Noah has two twin beds in every room. We'll save some money. Ja, gut. Nicht wirklich, dass es ich meinte. Sinken? Why not fuck it? Not quite what I had in mind. I know. Just glad you've met you. So I thought Don't worry about it. I'm glad we met too. That was a damned tough day. But still, we pulled through. And we'll do it again tomorrow. I'd like to hear that. Are we alright? Mm-hmm. Yeah. Noah will need a room. Twin beds. Just for tonight. Oh, sorry. I'll go catch a few wigs. Hätte ja sein, können wir auch für uns das. Und turniert. So weit sind wir wohl. Wahrscheinlich noch nicht ganz. Deswegen besauche ich mich jetzt erstmal. Hauptsache, sie kann eine Flasche in einem Schluck leeren und wir trinken da den Mahl draus. Flasche mit Miele. Okay. Ne, wie bist du das? Hätte ich mich auch gar nicht. Naja, gut, das reicht. Gibt's hier drin irgendwas Spannendes? Das sieht ja nicht so aus. Abgesehen hier. Naja. Habe ich jetzt nicht gesehen. Unten könnte man Waffen verkaufen. Ja, mein Gott schauelt. Ja, mein Gott schauelt. Lass mal sehen. Vielleicht gibt's ja wirklich was Spannendes. So, das mit den Smart-Waffen lasse ich erstmal. Da komme ich nicht ganz rein. Ich verstehe das System noch nicht ganz irgendwie, seitdem sie da was geändert haben. Unser Stromgewehr. 13, 42, 11, 11. Okay. Munition haben wir, glaube ich, überall genug, wie's aussieht. Okay, bei den Schauschützen... Munition fährt ein bisschen was. Combined. MP-Granatik-Kategorie-Kategorie 3. Die Granaten sind... Wo sind die Granaten? Egal, sehe ich gerade nicht. Egal, sehe ich gerade nicht. Eine Tech-Pistole. Kategorie 4. Egal, sehe ich gerade nicht. Tech-Pistons sind die, die man aufladen kann. Ich denke, jetzt ist er auf Power-Pistolen eigentlich unterwegs. Molo-Deads-Bio-Granate. Chemie-Schaden. 12.000. Rauchgranate. Hört sich noch spannend an. Ach komm, why not? Wo werden bei uns die Granaten angezeigt? Wirkens. Weird stuff. Wirkens. 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 Dreckボat. Wirkens. Das ist wirklich was du aufhörst. Ich glaube, du siehst wörter Dinge, als du in den Parken schlägst. Ich verstehe nicht, warum wir nicht nur im Auto bleiben können. Dieses Ort ist mir einfach auf Dates mit meinem Ex-Frau. Alles über die Nomaden. Danke fürs Bier. Na dann. Schönes Zimmer. Ich lebe schon leise. Ein bisschen Geld klauen von ihr. Duschen kann man nicht, wie es aussieht. Schade. Hätte ich jetzt gerne gebraucht, eine Dusche. Kann ich die Tür schliessen irgendwie? Nee. Naja. Panem. Good night. Mhm. Ähm. Etwas spürt hier. Wir sind abgestoßen Ghost Hell. Wollte grad sagen, schaut hier ein Dildo aus dem Nachttisch. Ja, tut's. Und spritzen am Boden. Ach, was für ein schöner Schuppen hier wirklich. Lightning Bricks. Wir treffen uns im Sunset-Motell-Garage. Ich warte dort. Okay. Wir haben sowieso mega viele Nachrichten, glaube ich, bekommen. Rogue. Ich hoffe, unser kleiner Hitzkopf bekommt das auf die Reihe. Viel Glück. Nash ist tot. Glückwunsch. Ich frage mich, was du mit der Aktion erreichen wolltest. Weil es bestimmt nicht bloß um Panems angeschlagenes Ego ging, oder? Sogar ein angeschlagenes Ego würde nämlich nicht sowas. Psst. Strunst. Dummest du. Wait, sorry. Wakako. Sagt Direct Link, dient gleichzeitig als Tattoo ein Geschenk von mir an dich. Du kannst ihn bei dir bei Keister Schreider einem Ripperdog in Watson abholen. Also da haben wir doch noch was Neues, glaube ich, bekommen. Wieso sieht Takemura. Treffen. So war das. Okay. Das lass ich noch offen. Dann gehen wir mal zur Garage. Leute, ist alles gut? Sieht da nicht so aus. Aber nicht unser Problem. Sehr schön Strix noch hier. Sunset Motel. Autofixe. Er sieht auch nice aus. Ich glaube, es gibt ein paar neue Autos. Zum Haufen. Zum Anschauen zumindest. Mal kurz. Das ist ein paar. Auch schon summit, wurde er ihr. Das ist das Ruhige Blut-drippend. Lieber auf! Satisfy your instincts! Die Flings, die Flings, die Smaller, die Flings. Hey. Hello. I'm just checking the suspension. The hydraulics have to be ship's shape. We're in for a bumpy ride. Did you sleep all right? Can't complain. And you? Reasonably arrested? I think you had nightmares. You screamed a few times. Really? Don't worry. I'm accustomed to that sort of thing. When Mitch and Scorpion came back from the war, they tossed and turned night after night. For months this went on. Whatever it is, it'll pass. Mm-hmm. Let's hope so. Irenic. Come up with anything? For Hellman, I mean. As a matter of fact, I did. Look here. Okay. Tell me. We're the wrench. The cutter is the AV. And the screwdriver is where the AV should bury its nosecone in the dust. Now, you must be wondering how we get the AV to do that. That old HMG of yours? My gun will be useful elsewhere. This caliber would barely dent the armor of a heavy hitter like that. There are other ways. Here. The clamps are solution. A satwave power station. Why down the AV there, at that exact spot? Because once it's on the ground, we'll have to locate it and grab your target. As fast as we can. And the terrain there is typical California desert. Flat, dry, and empty. There'll be a big old sitting duck. Hold up one more time. Wrench is our car, right? Mm-hmm. The cutter is the AV. The screwdriver is where the AV should hit the ground. And the clamp is the satwave power station. That is, the net we use to bring the AV down. Okay. What's the heat to the sun, then? Um, satwave power station? Yes. We need to break into it. Uh-huh. So far, so good. But then what? And then we strike. We hit the AV with an EMP. Of course we do. As soon as the AV is in range, we cause an electromagnetic pulse. The onboard electronics should fail outright. Meaning what? Engines will shut down? Everything will shut down. Engines included. Drive, navigation, communication systems. Remember, need helmet alive, unharmed. Gotta train not to blow the AV to bits, okay? I know. But I'd say, your man would best be buckled in. This idea, if it works, you'll be in for a rough landing. Sure. Good job. We can upgrade something. That is Reflexe. Then we can read this... What's gotten into you? Aren't you, uh, counting chickens? We can't actually know the AV will fly over the station. Of course we can. But we don't have to. You'll see. It's bound to be quite a ride. But not one you'll regret. I've got everything planned out. So hört sich schon nach einem guten Plan an eigentlich, wenn das funktionieren sollte. Alright. Let's ride. Great. Hop in. It's cold out here. Alright. Aber das machen wir erst in der nächsten Folge von Cyberpunk 2077. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. I got you. In 2077, they voted my city the worst place to live in America. Main issues, sky-high rate of violence, and more people living below the poverty line than anywhere else. immerHO tard machen will first turn off. Bo primary. So we got to go. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020